also dieser alfred der ist unfassbar nervig entschuldigen sie einfach mal klappern würde ich sagen so schätze mal wir müssen jetzt hier einfach alles sauber machen vor allem dort finden was also leuchtet erinnert mich ein bisschen gerade an das jetzt erinnert mich ein bisschen an super mario sunshine gluck 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 ja mann so und jetzt das hier freisetzen wahrscheinlich das ist hier dieses magnet dingens bummens irgendetwas für robben da leuchtet auch so viel was ist denn das egal wechseln wir das kostüm oder den anzug ich gehe mal hoch jetzt hier genau so schauen wir einfach mal was ist das was ist das okay da muss dingens ran bleib doch mal oben warum springt er direkt runter bleibt doch einfach mal gechillt da oben gechillt ja nur batman und robben können das untersuchen deswegen gehe ich auch mit robben daran und er kann das nicht logisch ja ich weiß nicht was das teilen soll aber egal wir müssen auf jeden fall mit dem magnet typen weiter laufen das war nicht schnell einfach hoch wer ist das b naaa kaputt schlagen kaputt schlagen batman kaputt schlagen gut Geh mal weg da Batman Batman beeil dich, sonst stürzt es ein So, das hier Das andere auch bitte Zack, 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 zack Schönen lilanen gefunden, der war Das war nicht schlecht, das war nicht Ruhig, 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 brauner Die nehmen wir jetzt mit, den brauchen wir nicht, wir springen einfach drüber Jackpot, Junge, Jackpot Oh, wie kommt denn noch da raus? So, ach scheiße So Sieh mal an, links ist auch noch so ein Teil Aber schön, ich komme da nicht jetzt ran Ich sehe es auch, ja, ist schon wieder silberne Dann brauchen wir wieder diesen Bombenanzug, sage ich mal Oh, das war, das war knapp Das war scheiße Das war scheiße Batman, du Wichsgesicht, alter, meine Fresse Bist du ein Piss-Flaumengesicht Gibt's doch gar nicht Bam, 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 bam Zack, zack Wenn wir schon alles kaputt schlagen Jaja, ich sehe es schon, was zu tun ist Warte mal, das können wir auch noch kaputt schlagen So Jetzt hier ran Den Strom wegnehmen Hier wechseln Wahrscheinlich orange zu orange So Immer schön reinspritzen in das Loch Okay, das hat sich ein bisschen Das hat sich ein bisschen falsch angehört Ähm, ja So Deswegen haben sie wahrscheinlich auch hier keine weiße Farbe Ne Das sind wir das Das sind wir das Welche Farbe entsteht dadurch? Überall blaue Blaue Steine Das ist super schön Das ist super schön Wir haben 75.000 970.000 Und ich schätze mal So 30% So Du gehst mal vor Scheiße Weg da So Strom wegnehmen Wieder Jetzt kann er hochkommen Geh doch mal weg Nein 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 Boah Ich brauch Wasser Willst du mich verarschen? Was mache ich denn da für die Scheiße gerade? Wasser bitte Wasser Wasser So Ja, also das Muster ist schon gleich Da oben ist schon wieder so ein silbernes Teil Oh, da sind aber viele Steine Das gefällt mir Jetzt habe ich aber Angst Jetzt kommen sie mit dem Gabelstapler Oh mein Gott Aua So Steine 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 Ich weiß nicht, warum bin ich jetzt gerade plötzlich so auf Steine aus Ich habe keine Ahnung Macht er doch noch 100% Nein, Quatsch Macht er nicht Noch etwas, Sir Entschuldigen Sie, Sir Äh Was machst du da, Badman? Was machst du da? Warum Spastet der so ab gerade? Das ist heftig Warum spastet der Typ gerade so ab? Hä? Gib die Teile her Ja, verdammt Kann nicht Ascheloch Ah Okay, jetzt raffe ich es Jetzt raffe ich es Warte, 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 warte So, jetzt dreht das Teil wieder am Rad So Ja, mit den Teilen Genau So, geh du mal drauf Genau Ah, warte mal Ich sollte es mal andersrum machen Ich sollte mal Batman da hoch bringen Ey, was machst du da wieder, Badman, ey Oh mein Gott Komm rauf da jetzt Rauf da Oh Gott Batman Die KI funktioniert wieder tadellos Batman, pass auf, ich fahre dich tot Nein Oh, hast du mal Glück gehabt Batman, pass auf, ich fahre dich tot Was ist mit den Kailen los? Hallo Weißt du Ey, das ist doch Ja, das ist doch Nein Ja Ja Ja